Hallo zusammen, herzlich willkommen auf dem Kanal von Cache-Reisen. Heute wollen wir uns mal einer Frage nähern, die mir immer gestellt wird, wenn ich irgendjemandem vom Geocachen erzähle und das dann mit Hilfe der App oder der Geocaching-Website versuche zu verdeutlichen. Eine Frage, die sich fast jedem stellt, der das erste Mal auf die Karte schaut, was heißen diese ganzen Symbole. Ihr wisst ja vielleicht, dass es unterschiedliche Geocaches gibt und die werden durch unterschiedliche Symbole auf der Karte und in der App dargestellt. Was die genau bedeuten, das wollen wir uns jetzt mal anschauen anhand der häufigsten Symbole, die es dort zu finden gibt. Das schauen wir uns jetzt direkt mal auf der Karte an. Wir sind jetzt auf der Desktop-Seite von geocaching.com. In der Kartenansicht auf der App sieht das so ähnlich aus. Auch da hat man eine Kartenansicht mit den unterschiedlichsten Symbolen drauf. Wenn ich irgendjemandem Geocaching versuche zu erklären und dann die App oder die Websites zur Verfügung nehme, das zu unterstützen, dann kommt in aller Regel zuerst die Frage, was sind denn das alles für Symbole? Und dieser Frage möchte ich mich heute einmal nähern. Man sieht hier auf der Karte sehr unterschiedlich bunte Kreise. Wir schauen uns zunächst mal die grünen an. Das sind sogenannte Traditional Caches, also solche, bei denen sich der Geocache direkt an dem Ort befindet, wo auch das Symbol auf der Karte zu sehen ist. Das heißt, du lässt dich einfach mithilfe deines Smartphones oder GPS-Gerätes zu dem entsprechenden Ort navigieren, fängst vor Ort an zu suchen und hast den Geocache hoffentlich nach kurzer Zeit gefunden. Dann kannst du weiter zum Nächsten oder bist fertig. Dann haben wir hier noch diese orangefarbenen Geocaches. Das sind sogenannte Multis oder Multicaches. Bei Multis ist es so, dass du an den Startkoordinaten, also da, wo das Symbol zu sehen ist, den Geocache selber noch nicht findest, sondern in aller Regel eine Information, die dir dabei hilft, zum Cache zu finden. Das können Koordinaten sein, eine Peilung oder in irgendeiner anderen Art und Weise zielführende Informationen. Es können danach noch zwei oder fünf oder sogar 30 und mehr weitere Stationen kommen, bevor du den eigentlichen Geocache in der Hand hältst. Also hier kannst du dich auf ein etwas längeres Abenteuer einstellen. Dann haben wir hier diese Fragezeichen. Bei diesen Fragezeichen, das sind sogenannte Mystery-Geocaches. Ganz, ganz wichtig hier, zu diesen Symbolen auf der Karte musst du erstmal nicht hingehen, denn vor Ort, da wo das Symbol auf der Karte liegt, wirst du in aller Regel nichts finden. Bei Mystery-Geocaches ist es so, dass du zunächst ein Online-Rätsel lösen musst. Das kann eine Matheaufgabe sein, das kann so Doku sein, das kann eine umfangreiche Online-Recherche sein, es kann aber auch sein, dass du dir mal ein antikes Buch aus der Bibliothek ausleihen musst, um dort irgendwelche Dinge zu recherchieren, die dir dann helfen, die Koordinaten zu ermitteln. Also ganz wichtig, da nicht direkt hingehen, sondern zunächst das Rätsel lösen. Das sind so die drei häufigsten Symbole, die du auf Geocaching-Karten finden wirst. Es gibt hier noch ein paar andere, hier zum Beispiel diese roten. Gerade wenn du als Geocacher noch nicht so lange dabei bist und Anschluss suchst, ist das eine gute Gelegenheit. Das sind sogenannte Geocaching-Events. Da treffen sich Geocacher, Fachsimpeln über ihr Hobby, tauschen sich aus, geben sich Geocaching-Tipps und das ist eine gute Gelegenheit, um Anschluss zu finden. Und wenn du es absolviert hast, beim Event gewesen bist, kriegst du dafür genauso einen Punkt, wie für, Verzeihung, wie für einen regulären Geocache. Ja, dann gibt es hier noch eine Menge andere Symbole, diese Virtual Caches oder hier Where I Goes. Darauf gehen wir aber in einem nächsten Video ein. Du weißt jetzt erstmal die drei häufigsten plus die Events und ich hoffe, dass dir das ein bisschen geholfen hat. Was ist deine Lieblings-Geocache-Art? Würde mich freuen, wenn du es in die Kommentare unten schreibst. Ich persönlich mache am liebsten, ja, spannende Multis oder gut gestaltete Traditionals. Mysteries mache ich selber gar nicht mehr so viel, weil ich eh schon so viel am Computer sitze. Aber, ja, da hat jeder andere Vorlieben und das ist ja auch das Schöne an dem Spiel, dass da viel was dabei ist. Ich freue mich auf deine Meinung. Bis bald.